Ich liebe es, Zeit auf Instagram zu verbringen, Bilder und Storys zu posten. Aber manchmal fall ich echt in so ein bodenloses Instagram-Loch. Eine Stunde und 50 Minuten. Eine Stunde, guck mal, eine Stunde 24. Du machst es beruflich und hast sogar noch weniger Zeit auf Instagram verbrannt als ich. Und wisst ihr was? Instagram ist genauso programmiert, dass es mich, und vielleicht auch euch, süchtig macht. Und da die Plattform eine der beliebtesten Social-Media-Apps in Deutschland ist, gucken wir uns jetzt mal an, welche psychologischen Effekte Instagram genau nutzt. Also, schließt alle anderen Tabs und vor allem Instagram. Jetzt geht's los. Im Oktober 2021 passiert etwas, das für Facebook einiges verändert. Die Facebook-Papers werden veröffentlicht. Die Whistleblowerin Frances Haugen liegt firmeninterne Dokumente, Studien und Chats von Facebook. Die waren bis dahin streng unter Verschluss gehalten worden. Und wie heftig das ist, was in diesen Papers steht, das erzähl ich euch gleich. So heftig auf jeden Fall, dass Facebook viel dafür kritisiert wurde. Unter anderem von einem US-amerikanischen Politiker. Er verglich die Vorgehensweise von Facebook mit dem verantwortungslosen Handeln der Tabakindustrie. Instagram ist die erste Kindheit-Zigarette. Man kann von diesem Vergleich halten, was man will. Er ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass Instagram und andere soziale Medien Suchtpotenzial haben, ist inzwischen belegt. Die Anschuldigungen des Politikers decken sich zumindest teilweise mit meinen Erfahrungen. Ich sag nur, bodenloses Instagram-Loch. Aber was führt eigentlich dazu, dass es mir so schwer fällt, mein Handy aus der Hand zu legen und ich so viel Zeit auf Instagram verbringe? Das haben ForscherInnen in verschiedenen Tests herausgefunden. Die VersuchsteilnehmerInnen mussten dafür auf Social Media Zeit verbringen. Die ForscherInnen scannten dabei die Gehirne. Das Ergebnis? Die ForscherInnen beobachteten eine besonders starke Aktivierung des Belohnungssystems im Gehirn. Wenn ein Like aufblinkt, leuchtet sichtbar im Hirnscan das Belohnungszentrum. Das heißt, es wurde auch viel Dopamin ausgeschüttet. Dopamin ist ein Botenstoff, also ein Hormon. Hormone steuern in unserem Körper alle möglichen Prozesse. Dopamin leutet im Körper Signale von einer zur nächsten Nervenzelle. Es heißt auch Glückshormon, weil es ausgeschüttet wird, wenn wir tolle Dinge erleben. Wie zum Beispiel beim Essen, beim Konzert eurer Lieblingsband, während einer Joggingrunde durch den Park. Okay, bei mir vielleicht nicht so beim Joggen, sondern wenn ich ein Flugzeug sehe. Oder eben, wenn wir auf Social Media unterwegs sind. Und damit kommen wir zu einem der Probleme. Lässt die Wirkung des Hormons nach, fühlen wir uns schlechter als vorher. Wir wollen die nächste Dopaminausschüttung. Deswegen verspüren wir den Drang, zu checken, wie viele Likes unser neuer Post hat oder wie viele Reactions unsere Story. Es ist also kein Zufall, dass wir manchmal mehr Zeit auf Instagram verbringen, als wir eigentlich wollten. Die Menschen, die Instagram programmiert haben, haben das genauso gewollt. Sie haben sich zum Beispiel bewusst an suchtsteigernden Mechanismen von Spielautomaten orientiert. So einer ist zum Beispiel der Pull to Refresh, also ziehen zum Aktualisieren. Zieht ihr den Feed mit dem Finger nach unten, aktualisiert er sich. Neue Bilder werden geladen. Wenn ich das mache, gibt mir das erst mal ein Gefühl von Kontrolle. Das Ganze funktioniert außerdem wie ein einnahmiger Bandit. Ich weiß nicht, was nach dem Ziehen des Hebels passiert. Die Belohnung variiert. Genau wie bei diesen Spielautomaten. Wenn mir Instagram nach einem Refresh ein Bild von meinem Crush ausspielt, dann ist das mehr Belohnung, als wenn alles beim Alten bleibt. Dieser Effekt wurde in Tierversuchen nachgewiesen. Bei einem Experiment drücken die Tiere den Futterausgabeknopf häufiger, wenn dieser eben nicht immer Essen auswarf, sondern nur manchmal. Das gleiche Verhalten sehen wir auch bei uns Menschen. So wie eben auf Instagram und anderen Apps, die diesen Mechanismus anwenden. Nur drücken wir nicht auf Klingeln, sondern Refreshen unseren Feed. Wenn man von App-Mechanismen spricht, die das Handy weglegen schwer machen, ist oft vom Bottomless Bowl Experiment die Rede. Bei diesem Experiment mussten TeilnehmerInnen aus präparierten Schüsseln Suppe löffeln. Ohne dass die TeilnehmerInnen es merkten, füllten sich die Schüsseln von selbst. Das Resultat fand ich ziemlich krass. Die TeilnehmerInnen mit den bodenlosen Schüsseln aßen ganze 73% mehr als diejenigen mit den normalen Schüsseln. Und das ohne, dass sie die größere Menge überhaupt merkten. Die dachten sich so ... Good Soup. Was für's Suppenexperiment gilt, gilt auch für den Infinite Scroll, also unendliches Scrollen. Es gibt kein Seitenende. Wir merken gar nicht, wie viel wir konsumieren. Dadurch fällt es uns superschwer, damit aufzuhören. Bei Instagram wurde die Funktion im Feed zwar abgeschafft, aber ich muss schon sehr lange scrollen, bis ich diese Benachrichtigung hier bekomme. Neuerdings werden mir zusätzlich empfohlene Beiträge angezeigt, die den Feed wieder verlängern. Und das kommt ja irgendwie aufs Gleiche hinaus. Der Typ, der das unendliche Scrolling erfunden hat, bereut es inzwischen. Und in einem Interview gestand der Programmierer sogar, dass Social-Media-Firmen ihre NutzerInnen bewusst abhängig machen. Er sagte, es ist, als ob sie Verhaltenskokain über ihre Interfaces streuen und die NutzerInnen deshalb immer wieder zurück zu ihnen kommen. Das ist schon wieder so ein heftiger Vergleich. Wenn ich mal so nachdenke, muss ich sagen, dass diese Mechanismen bei mir selbst funktionieren. Es kommt vor, dass ich mich auf Instagram verliere und dort zu viel Zeit verbringe. Ich sag nur zwei Stunden pro Tag. Ich hab die App jetzt von der ersten Seite auf die zweite Seite in einen Unterordnerverband. Und es funktioniert sehr gut. Mein Finger wandert nicht mehr wie ferngesteuert an den bekannten Ort auf meinem Handy. Und wenn doch, dann ist die App eben nicht mehr da. Wie viel Zeit verbringt ihr eigentlich auf Instagram? Und habt ihr auch manchmal Probleme damit aufzuhören? Ich halte das mal fest. Die EntwicklerInnen von sozialen Medien schaffen es sehr gut, ihre Plattformen so aufzubauen, dass sie großes Suchtpotenzial haben. Aber hat die App, auf der wir so viel Zeit verbringen, auch Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit? Die WhistleblowerInnen Frances Haugen würde jetzt wahrscheinlich laut Ja schreien. Oder eher Yes, sie ist ja Amerikanerin. Genau das soll nämlich durch die Facebook-Papers ans Licht gekommen sein. Durch zwei geleakte Firmeninterne Studien. Darin hat man Instagram-NutzerInnen gefragt, welchen Einfluss die App darauf hat, wie sie sich fühlen. Das Wall Street Journal schrieb dazu, dass ForscherInnen des Unternehmens wiederholt herausgefunden haben, dass Instagram für einen beträchtlichen Prozentsatz von jungen NutzerInnen schädlich ist. Insbesondere für Mädchen im Teenager-Alter. So soll jede dritte TeenagerIn sich durch Instagram schlechter im eigenen Körper fühlen. Inzwischen sind einige der Aussagen der JournalistInnen umstritten. Die Studien von Facebook waren mangelhaft. Es wurden teilweise zu wenig Personen befragt und Studienergebnisse wurden falsch wiedergegeben. Eine Sache, die durch die Facebook-Papers herauskam, ist allerdings unumstritten. Der Grund, der dazu führte, dass Facebook die Like-Zahlen doch nicht ausblendet. Bei Testläufen kam nämlich heraus, dass die Personen, denen keine Likes angezeigt wurden, die App auch weniger nutzten. Facebook hat daraufhin den Plan verworfen, die Likes langfristig auszublenden. Denn wenn die UserInnen die App weniger nutzen, sinken für Facebook die Werbeeinnahmen. Deshalb wirft Francis Haugen Facebook vor, dass dem Unternehmen Profit wichtiger sei als die schädlichen Folgen seiner Produkte. Durch die Recherche wurde mein Bewusstsein dafür, was Instagram mit mir macht, geschärft. Ich weiß jetzt, wie bestimmte Mechanismen funktionieren, die mich länger in der App halten. Außerdem hat's voll was gebracht, die App an einen anderen Ort zu packen. Meine Zeit auf Instagram ist nämlich gerade bei durchschnittlich 39 Minuten. Instagram ist längst nicht die einzige App, die solche Mechanismen hat. Wir wollen den Suchtfaktor von anderen Social-Media-Apps in weiteren Videos untersuchen. Falls euch das Thema Spielsucht interessiert, dann schaut doch mal bei den KollegInnen von TrueDoku vorbei. Die erzählen die Geschichte vom ehemals spielsüchtigen Aikim. Und hier unten schauen wir uns an, was an dem Mythos dran ist, dass Instagram uns abhört. ARD Text im Auftrag von Funk